Und damit Hallöchen und herzlich Willkommen zurück bei The Forest mit Smiddy. Hallo. In Wider? Ja. Von dem Papillon. Hallo. Ja dann noch ein Zelt. Eine Videokassette. Wir kriegen schon wieder eine Höhle. Auf der Suche nach der Keycard. Große Überraschung wieder in der Höhle. Ah ok, die Kassette hatte ich wohl noch nicht. Brauchen wir auch immer. Ich auch nicht. Das trägt wieder etwas zu meiner Verwirrung bei. Vielleicht waren wir hier noch nicht drin. Wirklich? Was sagt denn die Map? Oh die Map sagt mir hier waren wir noch nicht drin. Aber das hat ja auch nicht so viel zu heißen. Könnten theoretisch nochmal geradeaus gehen. Aber wir müssen erstmal hier runter. Ok. Ja. Setter wieder in irgendwie. Hast bestimmt Papillon mit seinem Holz verleimt. Wir stecken ineinander. Ja. Hör auf. Ich mag das nicht. Oh, herrlich. Oh. Hey. Ja, Mensch. Schon wieder verprügelt hier. Friendly Fire. Na ja. 10. Kann ich, kann ich leider nicht. Auf. Ach so. Was ich eigentlich sagen wollte ist. Man kann nach rechts gehen. Wir müssen aber geradeaus gehen. Ah ja. Also müssen wir wieder hoch. Na ja sicher. War da 50 50 Chance. Mhm. Steckt wieder jemand in mir drin. Ich kletter ein bisschen schneller. Aber dann habe ich Smittis Käsemauken in der Nase. Nimm dir ruhig mal einen Atemzug, Alter. Nee, lass mal. Das ist Romadur pur. Haha. Muss ich gleich mal eine Taucherausrüstung anziehen hier. Was hast du denn jetzt wohl von Kaftan an, Floki? Was habe ich gerade hier gefunden in der Höhle? Was ist das denn für Krams? Kann mich leider nicht sehen. Bademantel. Haha, das ist doch chillig. Ich bin zu dick. Jetzt geht's. Boah. Scheiß Fledermäuse. So, hier müssen wir aber runter. Oh, dann freut sich schon mehr, dass wir kommen. Haha. Dann geh ich doch mal vor. Ehrlich? Von hier oben erstmal irgendwie. Ja, naja. Ja, ich seh sie. Ich komm mit. Sie sind direkt bei euch. Ja, stimmt. Ist nicht gut. Soll ich mal Dynamit reinwerfen? Die hängen ja am Seil. Ja. Ja, soll ich oder nicht? Nein. So, dann wollen wir wieder hoch. Nee, wir klettern runter, komm. Alter. Einen hab ich hier. Ist er tot? Ach nee, für Verrenkung. Uh, du bist aber sportlich. Beierchen. War schon wieder mitschleppen die Jungs hier? Ich weiß auch, wie das ist mit den Knochen. Das wieder erstmal anzünden. Lange fackelt. Und das mit die Geier hat wieder um den Knochen zu kriegen. Gibt sich schon eine Position. Deck draufwerfen. Vorsicht. Macht euch bereit. Geht schon mal in die Hocke. Oh, warte mal. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Da gibt's wieder angesenkte Augenbrauen. Oh, scheiße. Ja. Wollte ich nicht reinschubsen, aber das geht irgendwie nicht. Ich bin fast selber reingelaufen. Schnell. Schnell, greif zu. Das gibt es nicht. So hat keiner abgekriegt, oder was? Nee. Drei Stücke hab ich abgekriegt. Ich hätte drei über. Ich könnte drei Stück, äh... Vier könnte ich abgeben, wenn... Wer was braucht. Hätte noch einen über. Gut, dann nicht. Ich hab gerade mal zwei Knochen gekriegt. Oh, hier gibt's ne Wand zum Zerschmölmen. Zerschmölmen? Zerschmölmen doch. Wollen wir da schon mal? Keine Ahnung. Wollen wir da überhaupt lang? Kann sein. Ja, ich dachte du bist der Höhlenführer. Möglich wär's. Ich lauf ja nicht vorne weg hier. Unser Mann in der Robe läuft vorweg. Natürlich. Ich bin nur der Pilot. Ja, wir sind hier richtig. Baby. Ich seh doch. Schon welche kriechen da hinten. Sind sie auch hier. Warte. Ich darf mal dinner mit da hinten hin. Ja, ich warte. Ja. Warte gut, dass du in mir wartest. Vielleicht fängst du da ein bisschen was ab. Das geht doch jetzt in die Hose hier. Geht's wahrscheinlich auch. Gleich liegen wir unten bei. Hast du es schon geworfen? Oh nein, jetzt hat es angezündet. Steckt mir glaube ich genau im Scheitel. So runter? Keine Ahnung. Ne, wir ziehen da immer noch. Dann hol ich auch mal einen Spieß raus. Oh. Hallo Spinni. Ne. Ok. Ah, Oktopussi. Oh ja. Armsy heißen die übrigens. Armsy? Armsy. Armsy. Kann ich mal mal anziehen. Anzünden? Ja. Genau. da haut mich hilfe das war es schon und jetzt also ich habe meine ich weiß nicht was ihr so lange braucht tatsächlich tatsächlich ist er doch ja in den leichen hier oder wo ja ich habe sogar schon welche öffnen des artefakts nebenwirkungen noch man kann sich das sogar angucken ist ganz cool eigentlich da zappelt einer ich habe nebenwirkungen der zappelt auf seiner liege ganz schön her das war es schon ich habe mir jetzt ankommt ich habe hier so ein helikopter immer wahrscheinlich schon gefunden haben das gibt es noch zu sehen weg ins ankunft okay guck mir das mittagessen mit megan da war ja kurz sondern meine langfassung wie sie alle stehen wir haben erst mal videos geguckt ne ist ja auch nicht unwichtig ok camcorder und keycard haben wir in der tasche was dann auch hier unten ich auch sagen und man bleibt wieder hochkrabbeln was hier lebst du noch können ja nochmal bei der einen abzweigung gucken ja hier rechts können wir auch nochmal gehen ne wie gleich rechts ne nicht unten jetzt hier wo ihr seid hier ja hier ein weiter ach so hier geht es wieder runter vielleicht können wir nochmal mutanten austreiben ich werde mal eine rüstung nehmen wo ist es nicht wir müssen nackig hier nur mit knorren mit meinem bademantel und das hat hier gibt es noch ein paar koppers 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 noch was Koppers Stoffe Stoffe ich leider gar nicht mehr nehmen wir schon wieder voll ich hab auch irgendwas gehört ist aber nur normale drei normale vier normale die uns auslachen erstmal ein bisschen licht hier da kommt noch baby oh das sieht aber nicht gut aus hier das ist so geil einer war ja nicht nur mann wir haben knochenfest ist gut Smitty ist keiner mehr da ganz schön was los hier du glaubst es nicht wir müssen hier einstehen schnelltaste die kittensäge am nächsten massaker hol ich sie raus dann geht sie rund wird nicht lang gefackelt ich müsste meinen rucksack auch mal irgendwie neu belegen aber mach ich mal in ruhe hier hat alle die bank kaputt gesessen naja willst du machen ja die todköpfe wieder durch die gegend fliegen dass alle verrückt auf ehren kloppen so ich hab schon wieder kohldampf hier ich denke nur irgendwelche beeren die ich essen kann nö chicory auf jeden Fall naja weiter gehts das wäre ein neues outfit jetzt habe ich wieder was anderes an oh 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 du denn ja oh 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 immer dynamit fischen mal erst mal geradeaus weiter oder wir müssen merken ja schon mal eine axt anzünden hast du da schon wegen gekillt tante zischt was wieder zurück tief linken sei oder stehen doch schon wieder welche oder lichter und er lebt noch weg babys was jetzt mir ist kalt wie solche ja stimmt kalt ist mir ja ich bin geschwommen eben hier was mit dir ist richtig kalt wir machen ja müssen wir mal kurz in unserem feuer wärmen glaube ich jetzt doch gleich wieder hoch ja es könnte richtig kalt werden dann ja was war denn jetzt mit dem feuer ich weiß auch nicht die sind so durch gelaufen die beiden hier ich guck mal irgendwie sind doch da wieder draußen hier ist ein zelt und wir sind feuer du hast mich gepiezt du Hund da piegt der mich wir mal kurz abspeichern es traubt nicht es traubt nicht auch schon wieder dann wird es ja bestimmt auch irgendwie tauchen also war zwei tauchpassagen quasi das sieht so aus als wenn es da links auch irgendwie weitergeht oder da geht es auf jeden fall ziemlich hoch ja hier geht es raus ich guck mal kurz wo wir sind aha hier waren wir schon mal glaube ich hier um die ecke müsste der seer mit den gänsen sein ach ja da hinten ist das da ist ein dorf dann gehen wir wieder rein und gehen mal zurück wegen taucherei ja guck mal hier in dieser spalte erstmal kurz hier gibt es eine druckluftflasche unter wasser ja aber sonst glaube ich auch nicht viel wo sich nicht zu tauchen nur kurz aufwärmen zum kohle verbrennen Du Hund, ey. Hast du dich schon wieder in den Arsch geprägt, oder was? Nee, die ist bei mir in den Rücken. Achso. Ich habe keine Rüstung. Du hast achtmal Mutanten? Zieh sie doch an. Echt mal. Du hast achtmal Mutanten-Rüstung. Oh, Leute. Ich habe neunmal Mutanten und sechsmal noch. Rennt mal beim Runterklettern. Ehrlich jetzt. Ja, es ist wirklich fast nicht rauszufinden, aber... Es geht. Ja, besser später als nie, ne? So ist es, ne? Alles wird gut. Kann ich auch kaputt machen. So. Oh, da lebt wohl noch wer. Was ist da in der Ecke? Kann ich helfen, oder? Nö. Nö. Danke. Wo waren das? Hier unten, wach? Ja. Das Seil ist kaputt. Die Smitty hau ab, da. Wo ist er? Wo ist er? Der pickt mich immer. Ja. Hier war das. Nehmt dem bloß den Speer weg. Alter, ist mir schon wieder viel zu groß. Hier könnte ich schon wieder drauf gehen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal tauschen soll. Ich habe nicht mehr so viel. Dann tausche ich die noch. Ich habe Feuer ausgetauscht. Wobei, so weit ist es gar nicht. Nee, geht es nach oben, ne? Ja, ja. Ich glaube nicht, dass wir hier schon mal waren. Ich glaube schon. Ja? Ich glaube, dass das, wo wir nicht weiter sind. Ach, da kann man von der anderen Seite, ne? Quasi. Von der anderen Seite, genau. Wo wir noch keine Taucherausrüstung hatten und uns nicht getraut haben, durchzutauchen. Was wird es sein? Dann sind wir jetzt hier. Wo ist es? Hallo? Ja. Ah. Komm mal her. Ja. Das ist gut. Ich glaube, er ist tot. Ich bin es, nicht mich. Boah, der ist völlig enraged hier. Der zersägt jetzt alles. Hör auf. Er bewirft mich. Irgendwie ist die Kanister kann man dann auch so benutzen, wie die Sauerstoffflaschen, ne? Ich bin nicht zu wild da, die nehmen sie wieder auf wohl. Geh mein Freund. Wart mal locker. Mal ein zwischendurch speichern. Trifft mich nicht. Wollt er auch mal lieber speichern, sonst bin ich nämlich gleich tot hier. Du Hund. Du Hund, hör auf. Pfui. Hebt euch das für die Mutanten auf. Ja, er piekst mich immer an, wenn ich vor euch gehe. Nicht immer. Nicht immer. Ich warte immer, bis ich mir mit... Die ganze Zeit. Ich warte immer so lange, bis du nicht mehr damit rechnest. Hör auf damit. Ja, okay. So, also. Ja, hier waren wir definitiv schon. Ja. Machen wir uns mal zurück zur Base. Wir haben ja das, was wir wollten, ne? Wir haben die Axt geholt, die Keycard geholt. Sogar noch die Videokamera gefunden. Richtig. Dann würde ich sagen, wir machen ja erstmal Schluss für heute. Oder? Ja, visiert mich doch schon wieder an. Na klar. Warte noch mal. Gar nicht, wahr? Es gibt noch einen Kill für Smitty. Ich sehe das schon. Ich sehe ganz harmlos rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Denkt an den Daumen. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Geh mir der... Geh mir der... Geh mir der Säge weg.